Hallo, ich war letztes Wochenende beim Queer Verlegen. Das ist eine kleine Buchmesse in Berlin. Dort gibt es neben Büchern auch viele Broschüren und Seams zum Reinlesen und Kaufen. Dazu haben die OrganisatorInnen vormittags ein Kinderprogramm auf die Beine gestellt und nachmittags gab es mehrere Podiumsdiskussionen und Buchlesungen. Mir hat die Veranstaltung sehr viel Spaß gemacht. Buchtechnisch war ich auf der Suche nach Romanen. Was dort etwas schwierig ist, denn der Großteil der Bücher sind autobiografisch und biografische Texte als auch Sachbücher rund ums Thema Queer. Und so habe ich letztendlich drei Sachbücher und einen Roman erworben, die ich euch kurz zeigen will. Der Roman heißt Nuuk Hashtag ohne Filter und ist von Niviak Corneliusen. Das Buch ist letztes Jahr im Zaglossus Verlag erschienen. Der gleiche Verlag, in dem auch Biskaya von Schwarz-Rund erschienen ist. Und dieses Buch lag dann auf dem Standtisch auch direkt neben Biskaya. Und dann kam noch eine Person an den Tisch und wollte dieses Buch erwerben. Das Buch war auf der Messe das letzte Exemplar, was noch vorhanden war. Hat es dann an mich aber abgedreht. Man meinte, dass es mir auf jeden Fall gefallen würde. Was mich dann letztendlich tatsächlich zum Kaufen bewogen hat. Inhaltlich weiß ich nur, was auf dem Buchrücken steht, was ich einmal kurz vorlesen werde. Vier, Inuk, Anak, Iwig und Sarah. Fünf junge Menschen, die alle nicht so recht der Norm entsprechen. Fünf miteinander verbundene Geschichten. Lust, Liebe und Laster in Nuuk, der Hauptstadt Grönlands. Das Textformat hat mich auch von diesem Buch überzeugt. Denn viele Seiten scheinen in wörtlicher Rede geschrieben zu sein oder so in Briefform. Einige Seiten haben auch so Messenger-Optiken. Was, wenn es ältere Leute schreiben, manchmal so ein bisschen merkwürdig ist. Aber die Autorin ist auch eine junge Person, weswegen ich auf jeden Fall Hoffnung habe. Und dann habe ich, wie gesagt, noch drei Sachbücher gekauft. Zum einen eine Einführung in islamische Feminismen von Lana Siri. Über dieses Buch weiß ich inhaltlich nicht mehr, als der Titel verrät. Es hat ein recht kompaktes, kleines Format, was mich bei Einführung immer überzeugt, dass ich sie bewältigen kann. Dann Gegendiagnose. Beiträge zu radikalen Kritik an Psychiatrie und Psychologie. Herausgegeben von Kora Schmechel, Fabian Dion, Kevin Dudek und Max Roosmüller. Es ist 2015 bei Edition Assemblage erschienen. Ich hatte ja vor kurzem diese Einführung in feministische Psychiatrie-Kritik gelesen, was mich insgesamt auf das Thema aufmerksam gemacht hat. In diesem Band kommen jetzt sehr viele verschiedene Autorinnen zusammen und beleuchten das Feld aus unterschiedlichen Perspektiven und auch mit unterschiedlichen Beschwerpunkten, weshalb ich mir auch hoffe, dass es etwas mehr in die Tiefe geht als die letzte Einführung. Ich hätte mir dieses 300-seitige Buch fast nicht gekauft, denn als ich mir das Textlayout angeschaut habe, ist mir aufgefallen, wie viele Fußnoten und Quellenverweise und all so ein Kram da drin ist, was mich einfach zu sehr an Uni erinnert. Aber während ich dann so über die Messe geschlendert bin und abgewogen habe, welche Bücher ich jetzt kaufen will, ist mir schon klar geworden, dass mich gerade jetzt dieses Thema interessiert und ich einfach nicht so viele andere Bücher kenne, die sich damit beschäftigen, sodass ich diese wissenschaftliche Schreibweise jetzt doch einfach in Kauf nehmen werde beim Lesen. Und als letztes Schwule Sichtbarkeiten und Schwule Identitäten, kritische Perspektiven von Zyl Foucar Cetin und Heinz Jungfoss herausgegeben. Es ist letztes Jahr, glaube ich, im psychosozialen Verlag erschienen. Von dem Herausgeber Cetin hatte ich schon ein anderes Buch gelesen, und zwar Gespräch über Rassismus. Das ist 2015, glaube ich, erschienen. Das Buch hat mir sehr gut gefallen, deswegen hatte ich das hier schon so ein bisschen auf dem Schirm. Ich habe dann ansatzweise ein sehr problematisches Buch gelesen, wo dieses Buch hier sehr kritisiert wird, was für mich dann eine Art Werbung war, was mich auf jeden Fall noch neugieriger auf dieses Buch hat werden lassen. Der Buchrücken fasst das Buch inhaltlich unter anderem so zusammen. Die Autoren des vorliegenden Bandes hinterfragen die Gewissheit, dass eine einheitliche schwule Identität existiert, aus unterschiedlichen Perspektiven, bewegungsgeschichtlich, wissenschaftstheoretisch und mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen um Homo-Nationalismus und rassistische Gentrifizierung. Das war's. Ich finde, alle Bücher klingen sehr spannend. Wenn jemand eins dieser Bücher schon gelesen hat und mir dazu seine Meinung schreiben will, bin ich auf jeden Fall sehr neugierig. Ansonsten war's das. Bis bald!